Das 1x5. Fangen wir gleich mit dem Training an. Die 5, es kommen nur 5er Aufgaben. Die dürften euch leicht fallen und da werde ich auch kein langes Video draus machen. 8x5 gleich 40. 1x5 gleich 5. 6x5 gleich 30. 3x5 gleich 15. 9x5 gleich 45. 9x5 gleich 45. 6x5 gleich 30. 7x5 gleich 35. 3x5 gleich 15. 0x5 gleich 0. 1x5 gleich 5. 0x5 gleich 0. 0x5 gleich 0. 1x5 gleich 5. 3x5 gleich 15. 7x5 gleich 35. 8x5 gleich 40. 6x5 gleich 30. 10 mal 5 gleich 50 3 mal 5 gleich 15 6 mal 5 gleich 30 0 mal 5 gleich 0 4 mal 5 gleich 20 3 mal 5 gleich 15 5 mal 5 gleich 25 0 mal 5 gleich 0 Das ist wichtig, 0 mal etwas. Eigentlich gehört es nicht zum 1 mal 1, weiß ich, aber ihr seid ja schon ein bisschen größer. Aber nichts mal, irgendwas bleibt nichts. Gut, okay. Das dazu. Dann jetzt zum Schluss die Links zu den anderen 1 mal 1 beziehungsweise auch nochmal zur Methode, wie das alles funktioniert. Wir haben ganze Playlists darüber, das 1 durch 1, das kommt dann auch noch. Wir werden das alles noch ergänzen. Bis später. Macht's gut. Tschüss.